Was? Keine Rucksackplätze mehr im Inventar. Na tolle Wurst. Wie krieg ich denn dann das Zeug damit? Hast du noch Platz dafür? Was ist das hier? Ja. Kristallfragment. Ja, ich... ähm, Platz. Ja, das ist mal... Müssen wir davon viel haben? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich konnte nichts mehr mitnehmen. Ich warte jetzt mal auf dich, ja. Wat? So. Bist du da? Eigentlich wollten wir doch gar nicht hier bleiben. Wir wollten doch nur die Teile suchen und uns dann was Schöneres suchen wollen, nicht? Ja. Warte mal. Wir scannen. Hä? Jetzt sehe ich das nicht mehr. Das da? Ist das das dort? Guck mal. Äh, warte. Entfernung 30. Das da? Das denke ich. Das ist das Ding da, oder? Ne, warte. Warte. Entfernung. Moment. Okay, der reicht. Hier muss das sein. Irgendwo. Okay. Du? Ja? Hallo. Was denn? Würden Sie sich mal zu mir umdrehen? Wo bist du denn? Dreh dich um... Ja, ist das da, oder was? Come to me. Ja, ich würde das ja hier mal... Aber das ist doch nicht vergraben, oder? Das ist doch nicht vergraben, oder? Ja. Ich müsste eigentlich mein Schiff rufen, weil ich voll bin. Reisorn. Hervorragend. Äh, 55. Das Problem ist, ich kann gar nichts mehr im Inventar aufnehmen. Ich kann dann mal versuchen, mein Schiff zu rufen. Wie geht denn das nochmal? Hab ich vergessen. Mit... X. Kann ich dann Sachen ins Schiff transferieren? Ich hab vergessen, wie das geht. Hier muss das irgendwo sein. Hier, Entfernung 36, 35. 22. 22. Ist sie hier? Ich kann das überhaupt nicht sehen. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Wie der reicht. Das muss hier irgendwo sein. Ich hab da ja schon ein Loch gemacht. Hier hast du ja... Ja. Wir müssen jetzt ein Loch machen. Wir müssen jetzt ein Loch machen. Hast du mir gerade in die Füße geschossen? Ich hab dir einen kleinen Zeh weggeschossen. Ich hab dir einen kleinen Zeh weggeschossen. Vielleicht. Kann man das jetzt scannen? Oder so? Ja. Da müssen wir graben, denk ich. Die Frage ist, wie tief ist denn das tief? Ich hätte mich da schon längst erkrümelt. Ja, wir sind ja noch im Tutorial. Du kennst das Spiel. Wir haben das noch nie gespielt in unserem Leben. Das muss hier irgendwo sein. Zieh da rein. Steht da. Da! Da leuchtet was. Hier. Da. Siehst du? Ja. Guck mal. Geh mal. Ich nehm's mal. Ich hab's. Du auch. Mein Inventar ist voll. Warte, ich muss was abschmeißen. Irgendwas. Ähm. Ich esse jetzt dieses komische Fleischzeug. Warum willst du das nicht? Komm, das ist lecker. Hapa, hapa. Ein Blizzard kommt. Wie kann ich das abschmeißen? Gibt's doch an Trina. Ja, wie kann man das denn geben? Ja, weiß ich ja nicht. Ups. Entschuldigung. Was? Verzehren. Ich hab dich gerade geschlagen. Wir haben eine Blizzard-Ware. Das war nichts Neues, ne? So, ich nehm das jetzt. Blizzard, warte. Oh, lass mich mal runter. Ja. Komm, wir graben uns jetzt hier runter. Müssen wir ja. Ich seh nix. Ich seh nix. Okay. Viva. Du tust mir weh. So, ganz schön bleiben. Trotzdem muss ich einmal auf... Ich hab da unten so ein rotes Schild angezeigt. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Null Arme. So. Nix ist schnell übertragen. Ich weiß nicht, wie es hier rausgeht. Ich weiß nicht, wie es hier rausgeht. Er müsste erst mal warten jetzt, ne? Nix ist schnell übertragen. Ich hab da unten unter meinem Dings, was du nicht hast, habe ich ein rotes... Ist meine Rüstung beschädigt oder was bedeutet das? Ich hab keine Ahnung. Hab ich hier... Unter deinem Dings hast du was? Ne, wie soll ich das erklären? Ich hab da ein rotes Schild drunter. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Ob der Anzug beschädigt ist oder irgendwas. Wie soll ich dir das zeigen? Also unter dem, was da steht. Hab ich ein rotes... Wie so ein Brustpanzer oder so. Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Also warm ist uns jedenfalls. Nachher das Wohnprogramm wird gewonnen und das Wohnprogramm wird gestartet. Nach dem Exosgerät, Anzug, Lenkssystem... Was mit Jetpack? Was? Was ist das? Warum wechselt das hier bei mir die ganze Zeit da? Ja, hab ich auch. Wir warten jetzt einfach erstmal nur die Sturmachtung, muss ich sagen, oder? Also warm genug ist uns. Im Moment. X ist schnell übertragen. Sturm löst sich auf. Sturm löst sich auf. Sturm löst sich auf. Ausrüstung. Armschutz. Was ist das? So, der Sturm ist jetzt weg. Wie kommen wir jetzt hier raus wieder? Ach, ich bin raus. Ich krieg da drin ja Platzangst. Der Sturm ist nicht vorbei. Natürlich ist der Sturm vorbei. Bei mir nicht. Ich muss wieder runter. Das sind minus 92 Grad. Du hast eine schlechte Synchronisierung. Guck mal auf mein Bild. Was? Bei mir war noch hier. Jetzt habe ich erst die Benachrichtigung gehabt. Oh, die Synchronisierung ist jetzt auf der Bahn. Oh. So. Okay. Okay. Ich will jetzt nach Hause zu meinem Schiff. Das ist da lang. Hast du jetzt das Teil eingepackt? Ja. Gut. Woher weiß ich jetzt, wo unser Schiff ist? Wenn ich gerade ausgucke, habe ich da die Symbole. Ah. Stimmt. Das ist ja schon direkt hier. Ja, ja. So. Das ist mein Haus? Ja, oder was? Wo die beiden Flieger stehen, ist dein Haus. Und wessen Haus ist das hier? Deins? Ja. Perfekt. Reisen? Was? Ich habe irgendetwas erreicht. 15 KS Schritte zurückgelegt. Okay. So. Ich gehe jetzt hier mal ganz kurz rein, um mich mal einmal zu akklimatisieren. Okay. Ich... Ich will mal eben hier schneller. So. Und jetzt will ich mal... Setze die geborgenen Daten an einer Konstruktionsforschungsstation ein. Haben wir sowas? Konstruktiert. Ja, wir haben hier eine. Also ich habe hier eine stehen. Habe ich das Ding auch? Kann mich gar nicht daran erinnern. Analyseeinheit online. Naja, wir wünschen, ne? Du hast es auch. Wir haben... Wir waren auf dem gleichen... Dings. Analyseeinheit online. Analyseeinheit online. Diagnosevorschlag. Der Benutzer sollte die geborgenen Daten aus vergrabener Technologie bergen. Rüste ein Analysevisier aus und verwende es. Hä? Was ist denn das? Zentrale Wohntechnologie will ich gar nicht. So. Okay. Was ist das hier? Ich verstehe den Müll nicht. So, jetzt erstmal hier rein. So, warte. Ich geh mal hier rein. Also ich mach das jetzt auch mal und dann... So, also... E drücken, denk ich mal, ne? Analyse. Diagnosevorschlag. Der Benutzer sollte geborgenen Daten bergen. Rüste ein. Ich würde sagen, erstmal herstellbar Technologie erforschen, oder was? Achso, das haben wir dann hier. Basis Teleporter Modul. Langstrecken. Gosse zwei geborgene Daten. Erforderliche Teile. Metallplatte, Kohlestock, Natrium. Okay. Drück da einfach mal drauf. Dann, dann... Ich denke mal, das muss man dann jetzt... Wer braucht denn jetzt vier Metallplatten? Aber Natrium, wo sollen wir denn bitte so viel Natrium herbekommen? Ich hab gar keins... Äh, warte mal, das war Raumschiff, oder? Nein. Also auf einen leeren Platz klicken und sagen, ich brauche... die vier habe ich. So, dann wieder auf einen leeren Platz. Nanokunststoffrohr. Wie viel braucht man... Wie viel braucht man davon? Äh... Ich hab das gar nicht mehr auf der Uhr. Warte. Wie? Also, Metallplatten vier, Kohlenstoffrohre zwei, Natrium 40. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier irgendwie eine Kiste bauen kann oder sowas. Ich kann hier gar nichts mehr machen, weil ich total faul bin. Aufbauen... So... Und jetzt muss ich noch Natrium sammeln oder was? Das Natrium liegt ja hier auch auf der Straße, ne? Ja... Ja... Wie baut man nochmal irgendwas? Weil ich muss... Auf einen leeren Platz in deinem Inventar. Also, wenn du da... Nochmal? Warte. Nein, ich brauch eine Kiste. Ich kann ja nichts machen, weil mein Inventar voll bis auf den letzten Platz. Ja, und wie mach... Ins Schiff. Okay, und wie mach ich das? Die Kiste geht erst später. Lager es im Schiff. Kann ich das irgendwie schnell übertragen? Okay, also X. Drücke ich jetzt mal... Was weiß ich... X. Sag mal, haben nicht gewisse Gegenstände auch? Natrium? Eins... So Steine und sowas? Ne, die hatten nur Feritstaub und so, ne? Drei... Ja, so... Nochmal bitte. Natrium. Zum Beispiel dieser große Stein, der hat auch Natrium. Ups, ich sollte vielleicht mal auf das andere wechseln. Ich hab den gleich weggehauen. Gewisse Sachen, Steine, große Steine und so, haben auch Natrium. Also man muss nicht nur eine Pflanze nehmen, ne? Jaja. So, dann machen wir das mal, was ist das hier überhaupt? Kuchenwald. Das hier, ne? Was ist das? Heptaloid-Weizen. Irgendwas zum Essen vermutlich. Geh nehm ich mit. So, jetzt hab ich ein Pflanze gebraucht. Weil Nano... Ich hab das nicht. Weil ich hab kein Natrium. Ja, davon hab ich auch noch eins herstellen können. War das noch? Drei waren es doch, ne? Da steht Natrium dran, aber kriegste nur... Wo steht das dran? Bei manchen Sachen Steinen und so steht Natrium dran, ne? Aber kriegste keine Natrium raus. Hm, ja okay. 18. Brauche ich 40. Ja, die hab ich auch noch nicht mal ansatzweise. Also vor allen Dingen kann man sich ja auch nicht so weit weg entfernen. Kohlenstoff. Da steht ja überall nur Kohlenstoff und so. So liest du denn, dass da noch Dings mit drin ist? Wenn du das gescannt hast, siehst du das nur. Das ist ja das Problem, weil du ja nicht immer alles gescannt hast. Aber da steht bei mir Feritstaub und die Wasserstoff und so. Aber da steht nix dran, Natrium oder sowas. Benutze X um dein Schiff zu rufen. Ich hab jetzt ein bisschen ins Schiff verbracht. So, das tun wir schon mal. Ich renne hier erstmal eine Runde durch die Gegend. Kohlenstoff. Naja, das ist Kohlenstoff. Ich glaub jetzt hab ich erstmal genug. Okay. So. 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 Was? Du hast das jetzt schon hergestellt oder was? Nein. Womit denn? Ich hatte doch kein Natrium. Ich bin jetzt erstmal auf Natrium sowohl gewesen. Ja. Ich bin auch auf Natrium sowohl. Du hast es doch schon hergestellt. Ich? Ich hab das einzige was ich hergestellt hab sind Eisenplatten. Oder was meinst du? Du hast das obere noch nicht hergestellt? Das obere was? Wovon redest du bitte? Was meinst du denn? Diese Basis-Teleporter. Hast du den fertig? Dafür braucht man Natrium. Ja. Das hab ich gerade gesucht. Ich suche das auch. Ach so. Und ich weiß nicht wie man das noch aus anderen Sachen rausbekommt. Weil das funktioniert. Das hab ich nicht. Das hat bei mir nicht funktioniert. Da steht Natrium dran. Aber wenn du es dann scannst, kriegst du keinen raus. Also das ist für einen Mors. Du musst Blumen sammeln. Ja. Also ich mach jetzt diesen Basis-Teleporter. Oder soll ich warten, bis du soweit bist? Nee, mach mal. Der ist bereits bekannt. Hä? So. Was ist das hier? Okay. Das könnte da auch ne Blume sein. Hä? Y. Ja, Y macht bei mir nix. So. Ich drücke Y. Na, ich muss da hinten hin. Das ist ein weiter Weg. Ja, jetzt bleibt mir ja nichts anders übrig, ne? Ich drücke Y. Ja, ich drücke Y. Y, Y, Y. Was ist denn das? Er ist draußen. Y. Y. So, jetzt ist das es hier. Das müsste eigentlich reichen, jetzt denke ich so. So. Einmal. Zweimal. Okay. Das sieht doch gut aus. Was ist das nun? Gut. Guck mal, was Andreas da geschrieben hat. Nee, ich kann jetzt nicht. Ach so. Weil ich bin im Gegensatz zu denen noch draußen. Jaja, ich hab das noch nicht gebaut, keine Angst. Nein, weil ich bin noch draußen, also ich kann jetzt nicht lesen. Ach so, dass wir das auf diesen Planeten. Okay. Okay. Also, aber diesen Teleporter, den stellt man doch überall hin, wo man eine Basis hat. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Und da ist mein Schiff, denke ich. Gura hat auch geschrieben, das ist nur der Bauplan. Bauen woanders. Gura hat Gura auch geschrieben. Gura kann überall stehen, muss aber nicht. Gura kann überall stehen, muss aber nicht. Gura kann überall stehen stehen. Gura stelle ich ihn dorthin, wo du ihn brauchst. Was heißt, stelle ich ihn dorthin, wo ich ihn brauche? Ja, aber ich brauche doch immer einen Gegensatz, oder nicht? Ich bin zu dumm dafür. Manu, ich bin dafür zu dumm. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also wenn man einen Teleporter hat, dann braucht man einen Teleporter, der an der Basis ist und einen Teleporter. Der anders ist, ja. An der eigenen Basis macht der Sinn. Ziel A und Ziel B. Ja. Anders macht es für mich auch keinen Sinn. Du hast ein Gebäude betreten. Ja, meins. Ich stehe in meinem Gebäude. Warum? Hier steht, Tiptop hat das Gebäude Lidon Lille Kolonie betreten. Das ist meine Welt. Ich stehe vor meinem Konstruktions-Dingelskirchen. Also keine Ahnung. Auf der Raumstation gibt es einen Teleporter, der bringt euch Samtschiff zum Teleporter. Raumstation. Wir waren noch auf gar keiner Raumstation. Nee, auf einer Raumstation waren wir tatsächlich noch nicht. Ich baue ein... Ich baue ein... Warte mal. Warte mal hier. So, das war ja hier irgendwie... Hast du jetzt so ein Ding gebaut? Nein. Habe ich nicht. Also man kann das auch bauen. Dann stellt man das hier... Man kann es auch bauen, man kann es auch lassen. Kann man das auch wieder abbauen? Also das heißt, wenn ich dieses Ding jetzt hier hinstelle, ich stelle jetzt dieses Ding dahin, wo ich meine Base habe. So, ich packe das Ding hier hin. Wenn ich dann auf einer Raumstation bin, würde mich die Raumstation, wenn ich dieses Portal anwähle, würde ich die Raumstation mich dorthin bringen, ohne dass ich liegen muss. Richtig? Ich stelle das Ding jetzt hier. Kann man das auch ins Haus stellen? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann man. Nein, kann man. Doch, kann man. Ich stelle das hier ins Haus. Ich habe das jetzt hier hingestellt. Basis, Terminus, nicht genügend Strom. Äh, das ist ein Lern in dem Bio-Treibstoffreaktor. Der war da auch dran, ja. Also ja. Ja, ja. Gibt es hier keine Heizung? Metallplatte und Sauerstoff. Nach Hause, ja, ja. Ja, genau.